Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Siedlerfreunde zu die Siedler 6 Reich des Ostens. Ja, wir sind immer noch in der Mission Papaztan. So. Und müssen dort... Haben jetzt gerade die letzten Karren abgefangen. Ja, jetzt sollen wir Musikinstrumentel liefern, okay. Wir waren erfolgreich. Mhm. Papaztan bezahlt nicht mehr für unsere Lieferungen. Wir haben hart gearbeitet und uns für das Vorhaben des Moguls aufgeopfert. Dies hat nun ein Ende. Wir werden unsere Lieferungen an ihn einstellen. Das werdet ihr mir büßen, Eindringlinge. Dieses Gold war nicht für euch bestimmt. Die Rache wird mein sein. Für diese Einmischung sollt ihr bezahlen. Mein Vater hat nun keine Verbündeten mehr. Und seine Kriegsproduktion wird in Kürze zum Erliegen kommen. Lasst uns nicht länger zögern. Wir müssen uns seinem Herstellen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Jawohl. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Ja. Wir haben uns für diesen Vertragsbrüchigen des Porten aufgeopfert und dabei nur Mangel erlitten. Wenn ihr uns eure guten Absichten beweist, werden wir fortan euch folgen. Schon unterwegs. Alles klar. Okay, wir sollen... Das Lagerhaus ist voll. ...Zeug liefern. Unser Lagerhaus ist voll. Ach ja, wir haben ja jede Menge hiervon, das wir mal verkaufen könnten. Und auch Honig, den wir mal ein bisschen verkaufen könnten. So, wo kriegen wir Musikinstrumente her? Ja. Ja. Okay, wir bräuchten noch einen Trupp Schwertkämpfer und einen Trupp Bogen schützen. Ja, und die beiden, die können wir halt nicht, ähm... ...weiter auffüllen. So gut wie erlebe ich dich, äh... ...natürlich. Parken wir mal irgendwo. Und ja, wir brauchen... ...eine Belagerungsschmiede jetzt als nächstes. Du bist ausgebaut. Du bist auch ausgebaut. Gut. Ja, nicht bei euch, sondern bei euch. Ach, ihr bringt mir schon Musikinstrumente. Das ist praktisch. Oh, wir haben sogar fast schon die Musikinstrumente, die wir brauchen. Ja, wenn die Lieferung eintrifft, können wir... ...ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ein Karren wurde ausgesandt. Das müssen wir gleich losschicken. So. Oh, wegen der Regenzeit war es... Ah, okay, die ist noch ein ganzes Stückchen fällig. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Und ja, wenn ich Katapult will... ...Katapulte will, die ich haben sollen wollte, brauche ich Bannermacher. So, die... ...damit ich das... ...die nächste Stufe erreichen kann. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. So, da kommen die Musikinstrumente für die an. Dann können wir wahrscheinlich mit denen auch irgendwann demnächst Handel treiben. Ja, was tauschen wir denn noch mit den anderen? Mit denen tauschen wir schon Musikinstrumente und mit euch... ...ah, tauschen wir schon Edelsteine. Ihr habt ein gutes Gespür. Mit der Geste eures Geschenks kehrt seit langem vermisste Freude und Abwechslung bei uns ein. Ihr habt unser Vertrauen gewonnen. Wir würden uns glücklich schätzen, wenn ihr einen Handelsposten bei uns errichtet. Mhm. Mehr handeln können wir dadurch noch nicht bei denen. Ah ja, ich könnte ein bisschen Milch kaufen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Oh, da geht die Milch raus. Wolle vertauschen wir ja gerade keine. Nein. So, unser Rabe ist angekommen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Auf euren Befehl. Schon unterwegs. Dann können wir uns noch das letzte Territorium angucken. Hinter dem Banditenlager hier. schon unterwegs. Verstanden. Verstanden. Sofort. Alles klar. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Tja, so wie es aussieht, haben wir jetzt schon mal unsere extra Schwertkämpfer verloren. So. Zum Angriff. Angriff. Stirn. Los. Los. Quadrats. Quadrats. Alles klar. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ei. Jawohl. Oh, hier ist das Schlau-Raffen-Land. Mehr oder weniger. Ei. Zwei Ruinen. Die Geld haben, die wir wahrscheinlich nicht mehr brauchen werden. Alles klar. Auf euren Befehl. Noch eine Eisenmine. Zwei Steinbrüche, wobei einer davon leer ist. Alles klar. Schon unterwegs. Sofort. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So, du. Gehst gleich mal zur Schwertkämpfer-Kaserne. Da binden wir einen zweiten Trupp aus. Verstanden. Alles klar. Ah, wie viel haben wir frei? Neun. Das heißt, wir können uns doch einen Trupp Schwertkämpfer leisten. Schon unterwegs. Den nächsten einfach nur auffüllen. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Wie ihr befehlst. Und ja, dich. Gut, wie erledigt. Dich können wir eigentlich zum Hausspionieren benutzen. So, holen wir uns noch ein bisschen mehr Milch. Na, der Wollmangel sagt, wir brauchen etwas Wolle. So, da kommt das Geld. Da kommt das Heer. Ah, wir müssen die Burg noch ausbauen. Ja gut, das können wir machen, sobald wir den Handelsposten haben. Wir sehen eigentlich unsere Straßen soweit aus. Da ist alles Stein. Hier ist auch alles Stein soweit. Hier drüben müssen wir noch gucken. Hier ist auch alles Stein. Okay, also die Straßen sind richtig ausgebaut. Aber so, wie ich das sehe, gibt es hier nicht mal, ähm. Ja. Es gibt gar keine Mauern. Das heißt, wir brauchen gar nicht mal so viele Katapulte. Ein Karren wurde ausgesandt. Um durchzukommen. Ei. Sendet mir euren Tribut, wie ihr wünscht. Jawohl. So, das heißt, wir bauen die Burg fertig aus. Oh, hier ist eine Kaserne, äh, Schwertkämpferkaserne dahin. Na gut, wir können es auch einfach machen. Wir können das Territorium einnehmen. Oder wir zerstören einfach wirklich die Militärgebäude. Mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Na gut, durch das Tor kommen wir mit einem Rappbock. Dieser Titel wird meinem Ansehen zugute kommen. So. Das heißt, doch jeweils ein Trupp. Euch wieder aufputschen. Ei. Ja, okay. Das dürfte reichen. Schon unterwegs. Ei. Sofort. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Auf euren Befehl. Verstanden. Ja, äh, Prappard Military Base. Warum auch immer eigentlich der Titel ist. protophすごい. Verstanden. Verstanden. Warum? Wir lieben.